So, wir befinden uns hier am Flughafen Ingolstadt-Manching Airport und jetzt schauen wir mal mit was wir jetzt hier in die Luft steigen. So, wir sind hier in der Karte, 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 wir sind hier in der Karte. Ich bin hier in der Karte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir befinden uns jetzt am General Aviation in Stuttgart und fliegen jetzt in die Ukraine. Wir befinden uns jetzt am General Aviation in Stuttgart. Wir befinden uns jetzt am General Aviation in Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.